Ein Spielautomat soll durchschnittlich in jedem zweiten Spiel ein Gewinn ausschütten. Dies soll mit dem kleinen Test geprüft werden. Dazu sollen bei 10 Spielen mit dem Automaten die Gewinne geprüft werden. Jetzt die Ablehnungs- und Nicht-Ablehnungsbereich bei einem zweiseitigen Test mit Alpha 1 gleich Alpha gleich 0,12 an. Füllen Sie dazu folgende Tabelle auf. Gut, also wir bauen als erstes die Tabelle und intelligenterweise beginnen wir beim zweiseitigen Test mit welcher Seite, mit rechts oder links. Ja bitte, warum beginnen wir mit links und nicht mit rechts, ja? Ja, Sie haben recht, ja. Wir werden es gleich noch genau sehen warum, aber die Aussage heißt, jawohl, immer mit linksseitig anfangen. Gut, wir schreiben es uns hin. Hier schreibe ich jetzt ein M hin. Eigentlich würde hier ein K stehen. Ich schreibe jetzt hier ein K hin und dann später mache ich ein M hin raus. Also mit dem fange ich an. Und mit was anderem fange ich noch an. Mit was fange ich noch an? x ist wie verteilt. Muss ich ja irgendwann anders wissen. Weiß niemand. Gut, letzte Reihe. Ja, muss ich hier im Grenzfall sagen. Völlig richtig. Beim zweiseitigen Test, da habe ich ein Istgleich. Wenn, dann muss ich bei Ungleich sein. Ja, aber das heißt, wenn ich bei Istgleich bin, also hier habe ich nämlich, oh, die H0, die haben wir noch nicht aufgeschrieben. Die heißt H0 und die heißt H1. Ja? H0, P ist gleich ein Trippel und H1, P ist unsgleich. So ist es. Und hier in dem Fall brauche ich keinen Grenzfallschreiben. Gut, also, ich bin in der Situation. Und jetzt muss ich hier das P von x kleiner gleich K aufschreiben. So, ich mache das mit dem Malentaschneider, sie machen das mit ihrem Gieren. Ich mache das nur mit dem Malentaschneider, weil ich das so schnell bin. So. Und ich empfehle, drei Stellen hinterm Komma. Und bitte kontrollieren Sie mich, ob die Zahlen stimmen. So, also hier die 1 mit dem O und das Gart, das kann ich nicht mehr auflösen. Was mache ich jetzt in der Situation? Jetzt habe ich die Tabelle aufgeschrieben. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wenn ich die Tabelle habe, einen Strich mache ich in der Tabelle. An welcher Stelle mache ich den Strich? Ja, bitte. Zwischen 1 und 2. Warum zwischen 1 und 2? Ja? Ja, die Mögen 1 und 2 überschritten haben. Und warum ist das falsch? Ja? So ist es. Also denken Sie daran, zwei einseitige Tests mit Alpha halbe. Und Alpha halbe ist 0,06. Sie müssen also suchen, wo die 0,06 überspringen wird. Wo wird die 0,6? Zwischen 0 und 1. So, also an dieser Stelle haben wir die Grenze, die 0. Was für ein Bereich ist die 0? Ja, bitte. Nein. Was für ein Bereich ist die 0? Ablehnungs- oder? Ja? Also hier, das ist der Ablehnungsbereich. Und der hier, das ist alles Ihr Nicht-Ablehnungsbereich. Denken Sie aber, dass es zweiseitig ist, ja? Aber macht der Test dann Sinn, wenn... Warten Sie ab. Wir sind noch nicht fertig. Hier ist der Nicht-Ablehnungsbereich vorerst. So, jetzt ist hier das Ende des ersten Teils. Und ich benenne jetzt die Sachen um. Warum benenne ich die um hier vorne? Warum benenne ich die um, ja? Weil wir jetzt K-Ablehnungsbereich wollen. So ist es. Jetzt mache ich den rechtseitigen Test. Und wir wissen ja, dass wir diese Tabelle, und das ist der Grund, warum wir den linkseitigen zuerst machen, diese Tabelle brauchen wir auch für den rechtseitigen Test. Der ist der einzige, den wir machen können. Und ich benenne das K jetzt um zu M und schreibe hier jetzt ein M hin. Das mache ich, wie gesagt, aus dem Grund, weil ich jetzt rechtseitig werde und das M eben bei meinem ganzen rechtseitigen Test steht. Wir wissen aber, dass die 0 zum Ablehnungsbereich gehört. Jetzt schreiben wir das 1- dahin. Das kennen Sie ja. So, so sieht es aus. Was muss ich noch machen bei der Tabelle? Was muss ich jetzt noch machen? Ja, bitte. Der K antreiben, der K, der K, der K. Das ist falsch. Er ist größer, falsch. Natürlich. So, das steht jetzt hier. So, was steht jetzt hier bei den Ks? Ja? M-Schluss 1. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. So, die 11 hier. Die 11 ist natürlich Blödsinn. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei 10 Versuchen 11 Gewinne habe, ist 0. So, nächster Schritt. Was machen wir als nächstes? Sie dürfen doch nicht mitmachen. Was machen wir als nächstes? Gut, jetzt dürfen Sie mitmachen. Also jetzt haben wir wieder die Alpha-Halbe ein, die sind zwischen 6 und 7. Und dann haben wir wieder Ablehnungs- und Anachnensbereit. Und Nicht-Ablehnungsbereit. Nicht-Ablehnungsbereit. So, und jetzt ist die Frage, jetzt dürfen Sie nicht mehr mitmachen, jetzt überlegen Sie, jetzt habe ich beide Tests. Jetzt möchte ich von Ihnen wissen, was ist der Ablehnungsbereich des zweiseitigen Tests? Was ist der Nicht-Ablehnungsbereich des zweiseitigen Tests? Und was ist der Fehler des zweiseitigen Tests? Der Ablehnungsbereich, der Nicht-Ablehnungsbereich und den Fehler. Alle drei hätte ich jetzt gerne. Was ist der Ablehnungsbereich? Sie dürfen doch nicht mitmachen. Was ist der Ablehnungsbereich? Schätzen Sie mal, sagen Sie mal irgendeine Zahl, die im Ablehnungsbereich ist. Haben Sie keine? Gut, ja. Null. Zum Beispiel, ja, die Null, da steht es nämlich. So, was ist noch im Ablehnungsbereich? Sieben, acht, neun, zehn. Das hier, ja. Also, das ist der, was abgelehnt wird auf der rechten Seite, was abgelehnt wird auf der linken Seite. Also, das ist mein Ablehnungsbereich. Was ist mein Nicht-Ablehnungsbereich? Sie dürfen nicht mitmachen. Was ist der Nicht-Ablehnungsbereich? Das trifft mich hart, zieht das mal an. Ja? Eins bis? Eins bis? Eins bis, was? Zehn. Nee. Eins bis? Sechs. Warum eins bis sechs? Ja, weil der Name am Ablehnungsbereich. So ist es. Alles, was nicht im Ablehnungsbereich ist, ist eben nicht damit. Toll, ich kenne es zu. Egal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Alles, was hier, also die inneren Werte, das ist dieser Teil hier. Interessanterweise ist das eben Nicht-Ablehnungsbereich des Linksseitigen, aber hier in dem Bereich ist eben Ablehnungsbereich des Rechtsseitigen. Also, der Nicht-Ablehnungsbereich ist alles, was nicht im Ablehnungsbereich ist. Jetzt brauchen wir den Fehler erster Art, den Fehler Alpha 1. Was ist hier der Fehler Alpha 1 und wie berechnen? Sie dürfen noch nicht mitmachen. Was ist der Fehler erster Art? Was ist Alpha 1? Also, fangen wir an. Vielleicht können Sie mir erst mal das Ergebnis sagen, ohne dass Sie sagen, wie man es rechnet. Was ist das Ergebnis? 0,01. Das ist falsch. So, also, was ist der Fehler erster Art? Was ist der Fehler erster Art? 0,017 gehört dazu. Ich schreibe das mal hin. Aber das genügt nicht. Mein Fehler erster Art ist größer. Also, was müssen wir damit noch machen? Also, das ist diese Zahl hier. 0,01. Ja. Nicht sauber. Was? Wir müssen etwas addieren. Was müssen wir addieren? Was müssen wir addieren? Die 0,02. Die da. Genau. Weil das ist nämlich, also das hier ist der Fehler des linken Teils des Ablehnungsbereichs. Schauen Sie, das hier, das ist dieser Fehler. Und das andere, das hier, das ist dann die 0,020. Also, das heißt, Sie addieren einfach den linken Fehler und den rechten Fehler. Und wie viel bekommen Sie dann insgesamt als Fehler erster Art? Das ist 0,037 etwa. So, jetzt schauen Sie, Sie haben einen zweiseitigen Test. Ihr Fehler erster Art soll unter 12 sein. Und Sie kriegen aber sowas raus. Also, das ist natürlich ein Test, der wesentlich schärfer ist, als Ihre Voraussetzung, die Sie hier haben. Also, die Voraussetzung heißt, höchstens 12% daneben liegen. Faktisch liegen Sie aber nur 3% daneben. Ja, man könnte den Ablehnungsbereich, ohne dass man den Fehler erster Art über Signifikanzniveau hinaushebt, man könnte den Ablehnungsbereich vergrößern. Natürlich, wenn ich jetzt hergehe und die 1 vergrößere, dann sehe ich, da geht es nimmer. Also, wenn ich die 1 in den Ablehnungsbereich nehme, bin ich schon über 12%. Aber hier, wenn ich die 6 wieder zunehe, dann bin ich noch unter dem. Ja, man sieht das. Aber, wie gesagt, das ist nicht das Thema. Wir haben es also interpretiert als zwei einseitige Tests und haben dieses Alpha 1. Wir wissen, der Fehler erster Art ist ja die Wahrscheinlichkeit vom Ablehnungsbereich. Und faktisch habe ich die Wahrscheinlichkeit vom Ablehnungsbereich so gerechnet. Gut, gibt es da Fragen dazu? Gut, gibt es da Fragen dazu? Gut, gibt es da Fragen dazu.